Musik Im Extreme Trail zeigen wir auf der Hansepferd, wie Pferde selbstständig arbeiten an Hindernissen, die ihnen jederzeit auch im Gelände begegnen können. Ich zeige ein bisschen Freiheitsdressur vom Sattel sowie vom Boden. Musik Wir zeigen jetzt hier aktuell in dem Schaubild die Gangart Tölt. Das ist die Spezial- oder eine Spezialgangart der Islandpferde. Musik Hier einfach ein kurzer Einblick. Zehn verschiedene Rassen des Pferdestammbuchs. Musik Mein Name ist Volker Lawes von der Circle L Range in Wenden. Ich habe einen Quarter-Aushengst dabei. Wir zeigen Westernreiten mit feinen Hilfen. Musik Musik